Ich glaube, es wird den jüngsten Bundesligaspieler des HSV geben, denn wir sehen, wie sich Joscha Wagnumann seines Trainingsleibchens entledigt. Und jetzt gibt es die Premiere für Joscha Wagnumann, wird hier von Bernd Hollerbach noch mal in den Arm genommen und kommt jetzt in der siebzigsten Minute. Joscha, wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre mit dir. Einwurf von Wagnumann, setzt sich jetzt gut durch gegen Hochschein, gegen drei, vier Spieler, und da zieht er mal ab, abgefälscht, aber ein, boah, Joscha Wagnumann macht es einfach mal ganz alleine. An drei, vier Spielern vorbei und dann zieht er ab. Morgen. Untertitelung. BR 2018